Der SV Werder Bremen konnte seinen dritten Neuzugang des Sommertransfer-Fans, das heute bekannt geben. Und zwar gab es gestern schon die Gerüchte und zwar handelt es sich dabei um Sennelünen. Der 24-Jährige wechselt aus seiner Heimat Belgien von Union Saint-Gilois zu den Werderanern und verstärkt sie eben im Mittelfeld. Er ist eher so ein Typ Sechser wie jetzt ein Achter und damit eben die lang ersehende Verpflichtung auf der Sechser-Position, die man ja bei Werder schon lange verstärken wollte, da man da mit Groß und Krueff qualitativ gesehen jetzt nicht unbedingt die besten Optionen hatte. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Lünen für einen Spielertyp? Kann er Bremen da eben qualitativ auf ein neues Niveau heben? Zunächst einmal muss man noch zu den Formalitäten sagen, dass sein Vertrag 2024 also in einem Jahr ausgelaufen wäre und dementsprechend konnte Bremen die Ablöse recht gut drücken, denn trotz eines 4 Millionen Euro Marktwerts des Belgiers mussten sie nur die Hälfte davon überweisen mit 2 Millionen Euro, wie es dem Vernehmen nach heißt. Dementsprechend konnte man da rein vom Marktwert definitiv ein gutes Schnäppchen landen aufgrund der Vertragslaufzeit. Jetzt aber zum Spielertyp Lünen. Bei Union Saint-Gilois war er sowohl in der belgischen Liga als auch in der Europa League bei dem guten Run letzte Saison immer gesetzt auf der 6er Position im 3-5-2 System, das sie eigentlich immer gespielt haben. Dabei hat er selbst so ein bisschen den Drang nach links abzukippen und da sich ins Aufbauspiel einzubinden. Allerdings muss man sagen, das ist nicht unbedingt seine größte Stärke. Also er kann zwar gute Pässe spielen, aber das progressive Passspiel zählt jetzt nicht unbedingt zu seinen Stärken. Er ist eben eher dafür da, die Bälle zu gewinnen, denn zu seinen Stärken zählt auf jeden Fall der Bodenzweikampf. Generell hat er gute und faire Balleroberungen in seinem Spiel drin und brilliert halt eben als alleiniger 6er, zumindest in dem System, gewinnt er die Bälle, passt sie dann eben kurz zu seinen Teamkollegen. Meistens war das eben im Mittelfeld von Saint-Gilois-Thiouma, der ja jetzt auch zu Stadras gewechselt ist, der wirklich ein guter Passspieler ist, aber das ist ein anderes Thema, aber das auf jeden Fall zur Spielweise von Lünen. Zudem ist er halt offensiv, sag ich jetzt mal, limitiert, aber auch aufgrund dessen, dass es halt gar nicht seine Aufgabe ist. Er ist dafür da, auf der 6 die Position zu halten, Bälle zu gewinnen und dann halt an seine Mitspieler zu verteilen, ohne jetzt selbst große Aufgaben im letzten Drittel zu bekommen oder auch im Aufbauspiel nicht die größten Aufgaben. Wenngleich er da kein allzu großer Schwachpunkt ist, falls man ihm den Ball zuspielt, kann er den dennoch zumindest auf kurze Distanz gut verteilen. Insgesamt ist er ein extrem physischer Spieler, trotz seiner Größe von, ich sag mal, nur 1,82 Meter, was natürlich nicht klein ist, aber auch nicht extrem groß. Des Weiteren hat er auch, trotz dessen, dass er erst 24 ist, auf jeden Fall das Potenzial zum Führungsspieler. Wie das jetzt in einem Landest, wo er höchstwahrscheinlich die Sprache nicht spricht, kann ich nicht beurteilen, aber rein grundsätzlich hat er da auf jeden Fall schon das Potenzial dazu aufgezeigt in seiner Heimat. Des Weiteren ist sein geringes Vertikalspiel im Bremen-Spiel nicht wirklich tragisch, also wie gerade angesprochen, dass er nicht wirklich progressiv spielt, sondern halt eher seitlich die Passoptionen sucht und eher die leichteren Pässe spielt, ist im Bremen-Spiel eben, wie gesagt, nicht allzu tragisch, da man da meistens ohnehin eher den langen Ball sucht und nicht wirklich die spielerische Lösung. Und wenn, dann ist es halt eben nicht seine Aufgabe, sondern die seiner Teamkollegen. Ein großer Pro-Punkt für den Transfer ist, dass er den alleinigen Sechser geben kann. Ich meine, rein grundsätzlich würde es auch gut passen. Man hat dasselbe System gespielt wie Union Sachiloas bei Bremen letzte Saison, also beide ein 3-5-2 mit einem Sechser und zwei Achtern davor bzw. daneben und da war er eben der Sechser, könnte da also problemlos reinkommen bei Bremen. Andererseits muss man aber auch erwähnen, dass man bei Bremen überlegt, auf ein 3-4-3 umzustellen, also nur noch mit zwei zentralen Mittelfeldspielern und da dachte ich rein grundsätzlich schon, das könnte dennoch zu Lünen passen, da er sich eben oft auf die linke Seite begibt im Aufbau und da sich so ein bisschen rausfallen lässt. Und in der Vermutung wurde ich tatsächlich insofern bestätigt, dass Union Sachiloas in den ersten zwei Saisonspielen, die sie in der Saison schon hatten, ebenfalls umgestellt hat auf ein 3-4-3 bzw. 3-4-2-1, wie man es halt eben nennen will. Da spielt eben Lünen aktuell den linken Achter neben Van Hood und hat zwei echt gute Spiele gemacht, sogar einige wichtige Pässe gespielt, also tatsächlich in einer weiter vorgezogeneren Rolle brilliert er trotzdem, zeigt das sogar ein besseres Passspiel, also vielleicht ist er auch ein extrem vielseitiger Spieler. Man kann auf jeden Fall bei Bremen auf ihn setzen, sowohl auf der Sechs, da ist garantiert, dass er Leistung bringt, aber ich denke auch auf der Achterposition könnte er auf jeden Fall funktionieren. Gerade wenn ein Cater mal fit sein sollte, glaube ich, dass das ein extrem gutes Paar wäre. Lünen halt eben für die Defensivaufgaben, Cater für die Offensivaufgaben, auch für das progressive Spiel und das wäre auf jeden Fall ein gutes Mittelfeld-Duo, wenngleich ich glaube, dass er eher als alleiniger Sechser eingeplant sein wird und genau dafür ist er meiner Meinung nach für das Niveau von Bremen ein extrem guter Fit und auch für die Spielweise, wie schon erklärt. Des Weiteren ist er mit 24 im perfekten Alter, sodass er sich mehr oder weniger, je nachdem wie es läuft, mit Werder Bremen mitentwickeln kann, wenn es mit dem Verein weiter nach vorne gehen soll. Das soweit meine kleine Analyse zum Transfer von Sene Lünens zu Werder Bremen. Was sagt ihr zum Transfer? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!